Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Spanart. In der letzten Folge haben wir euch gezeigt, nach welchen Kriterien Drehwerkzeuge ausgebildet werden. Heute bringen wir euch das Thema Werkstoffe und deren Versparnbarkeit näher. Werkstoffe sind Substanzen bzw. Materialien, aus denen etwas hergestellt werden soll. Die Werkstoffe können in die Gruppen Metalle, Nicht-Metalle und Verbundwerkstoffe eingeteilt werden. Dabei unterscheidet man zwischen Eisenmetallen, welche Eisen enthalten, und Nicht-Eisenmetallen, die wie der Name schon sagt, kein Eisen enthalten. Eisenmetalle sind zum einen Stähle mit hohen Festigkeitseigenschaften, aus welchen vorwiegend mechanisch belastete Bauteile wie Schrauben, Zahnräder oder Wellen hergestellt werden. Zum anderen Eisengusswerkstoffe, welche aufgrund ihrer guten Gießbarkeit häufig in komplexe Geometrien wie Gehäuse, Motorblecke oder Maschinenbetten gegossen werden. Nicht-Eisenmetalle können in Schwermetalle und Leichtmetalle unterteilt werden. Schwermetalle haben eine Dichte über 5 kg pro Kubikdezimeter, wie zum Beispiel Kupfer, Zink oder Blei. Diese werden häufig als Legierungselemente verwendet, haben teilweise aber auch sehr individuelle Anwendungsmöglichkeiten, wie zum Beispiel Motorwicklungen aus Kupfer. Leichtmetalle wiederum haben eine Dichte unter 5 kg pro Kubikdezimeter, wie zum Beispiel Aluminium, Magnesium oder Titan. Sie werden vorwiegend dort eingesetzt, wo Gewicht eingespart werden muss, aber gleichzeitig gute Festigkeitseigenschaften gefragt sind, zum Beispiel bei Strukturbauteilen in Autos und Flugzeugen. Die Nichtmetalle können in Naturwerkstoffe und künstliche Werkstoffe unterteilt werden. Naturwerkstoffe werden direkt in der Natur gewonnen oder abgebaut, wie zum Beispiel Granit, Holz oder Grafit. Künstliche Werkstoffe werden industriell hergestellt, wie zum Beispiel Glas, Keramik oder Kunststoff. Zu guter Letzt gibt es noch die Verbundwerkstoffe, die besonders für den Mobilitätssektor immer wichtiger werden. Hier werden die positiven Eigenschaften verschiedener Materialien miteinander kombiniert und ein neuer Werkstoff geschaffen. Beispielsweise kombinieren faserverstärkte Kunststoffe wie CFK die Zugfestigkeit der Kohlefasern mit der Formbarkeit und Flexibilität von Kunststoffen und eröffnen dadurch ganz neue Möglichkeiten in der Anwendung. Schauen wir uns nun einmal an, wie die Metalle bezeichnet werden. Die metallischen Werkstoffe werden nach DIN durch einen Kurznamen und eine Werkstoffnummer bezeichnet. Die Kurznamen richten sich nach den Hauptanwendungsgebieten der metallischen Werkstoffe. Beispielsweise werden Baustähle wie ein S235JR mit den für die Verwendung wichtigen Angaben bezeichnet. In diesem Fall steht das S für Stahlbau, 235 für die Streckgrenze und JR für die Kerbschlagarbeit von 27 Joule bei 20 Grad Raumtemperatur. Diese Angaben sind zum Beispiel für einen Konstrukteur interessant. Ein legierter Vergütungsstahl hingegen wird nach seinen Legierungsbestandteilen bezeichnet. Bei dem Kurznamen 42,4 werden beispielsweise die Legierungselemente wie Kohlenstoff, Chrom und Molybden sowie deren Mengenanteile angegeben. Daneben gibt es noch weitere Varianten der Kurznamen für Guss, unlegierte oder hochlegierte Stähle, Schnellarbeitsstähle und einige mehr. Dann gibt es wie bereits erwähnt noch die Werkstoffnummern. Diese schlüssen sich wie folgt auf. Die erste Ziffer steht für die Werkstoffhauptgruppe. Die 0 für Roheisen und Eisendegierungen, die 1 für Stahl, die 2 für Schwermetalle und die 3 für Leichmetalle. Die nächsten beiden Ziffern beschreiben die Sortenklasse. Diese können einer Tabelle im Tabellenbuch entnommen werden. Die vierte und fünfte Ziffer sind Zählnummern, mit denen die einzelnen Werkstoffe unterteilt werden. Als sechstes kann noch eine Anhängezahl kommen, was jedoch eher selten ist. Außerdem gibt es noch jeweils eine europäische Norm für Kurznamen und Werkstoffnummern. Diese sind teilweise mit der DIN identisch, unterscheiden sich jedoch vor allem bei Guss- und Nicht-Eisenmetallen hiervon. Auch im Bereich der Nichtmetalle und Verbundwerkstoffe gibt es entsprechende Bezeichnungssysteme. Wir beschränken uns jedoch heute auf das Thema Metalle. Kommen wir nun zur Zersparnbarkeit von Stählen. Die drei Haupteinflussgrößen sind erstens die Gefügeausbildung, zweitens die Legierungselemente und drittens die Wärmebehandlung. Dabei wird das Gefüge eines Werkstoffes von den Legierungselementen als auch von Wärmebehandlung beeinflusst. Fangen wir mit den Gefügen an. Abhängig vom Kohlenstoffanteil, der Wärmebehandlung und den Legierungselementen liegen im Stahl unterschiedliche Gefügearten vor. Bei Raumtemperatur nennt man das Gefüge von reinem Eisen ohne Kohlenstoff Ferit. Ferit besitzt eine geringe Festigkeit und Härte und ist daher leicht performbar. Das wirkt sich zwar positiv auf den Verschleiß aus, hat aber auch negative Einflüsse auf die Zersparnbarkeit. Es kommt vermehrt zu Aufbauschneiden und einem erschwerten Spanbruch. Zudem entsteht meist eine schlechte Oberfläche und es kommt häufig zu Ausrissen bei Werkzeugaustritt. Daher sollte von außen nach innen gearbeitet werden, um ein Ausreißen zu vermeiden. Reines Eisen ist in der Praxis jedoch kaum zu finden. Wir haben es fast immer mit Eisen zu tun, welches Kohlenstoff enthält. Mit steigendem Kohlenstoffanteil reichert sich dieser in Form von Streifen Zementit in den Feritkörnern an. Zementit ist ein Carbid, sprich Hartstoff, welcher aus einer Eisen-Kohlenstoff-Verbindung besteht. Diese neu entstandenen Körner nennt man Perlit. Durch den Kohlenstoffanteil sind sie härter und weniger verformbar. Die Mischung aus ungesättigten Feritkörnern und den gesättigten Perlitkörnern nennt man Ferit-Perlit-Gefüge. Bei 0,8% Kohlenstoffanteil besteht das Gefüge dann nur noch aus den Perlitkörnern, welches dann Perlit-Gefüge genannt wird. Mit zunehmendem Anteil von Perlit steigen die Schnittkräfte und der abrasive Verschleiß, sprich Verschleiß durch Abrieb an. Dafür wird die Zersparnbarkeit hinsichtlich Aufbausteinbildung, Sparnbruch und Oberflächengüte immer besser. Steigt der Kohlenstoffanteil über 0,8%, belagert sich dieser in Form von Korngrenzen-Zementit außerhalb der Perlitkörner ab. Mit zunehmendem Kohlenstoffanteil wird der Stahl härter und damit auch spröder. Das wirkt sich zwar positiv auf die Sparnbruchigkeit aus, jedoch steigt der Verschleiß stark an. Es entstehen große Schnittkräfte, hohe Temperaturen und durch den steigenden Zementitanteil starker abrasiver Verschleiß. Das ändert sich erst, wenn sich der Kohlenstoff als Grafit zwischen den Perlitkörnern ablagert. Grafit ist verhältnismäßig weich und fungiert bei der Zerspannung wie ein Gleitfilm zwischen den Perlitkörnern. Durch Legierungselemente oder Wärmebehandlungen können auch bei Raumtemperaturgefüge bestehen, welche ansonsten nur bei Temperaturen über 723 Grad Celsius bestehen. Martensitgefüge entstehen beispielsweise beim schnellen Abkühlen bzw. Härten von Stählen mit über 0,2% Kohlenstoff. Dabei entsteht ein feinnadeliges Gefüge, welches hart und spröde ist. Es kommt bei der Zerspannung zu hohen Schnittkräften und Temperaturbelastungen. Die Schneide unterliegt einem starken abrasiven Verschleiß, die Späne sind jedoch in der Regel kurz und stellen kein Problem dar. Ein Auszenitgefüge findet sich beispielsweise häufig bei nicht rostenden Stählen. Es entsteht durch Legierungselemente wie Mangan oder Nickel. Auszenitgefüge sind sehr adressiv, sprich sie neigen zum Aufschweißen am Schneidstoff, wodurch sich häufig Aufbauschneiden bilden. Dabei verschleißen die Aufschweißungen durch anschließendes ausreißenden Schneidstoff. Ebenfalls ist ein sicherer Spanbruch schwierig zu erreichen, da das Gefüge sehr elastisch ist. Die Werkstoffe neigen zudem zur Kaltverfestigung der bearbeiteten Oberfläche und durch die geringe Wärmeleitfähigkeit wird die Werkzeugschneide thermisch höher belastet. Hier können wir auch noch das Thema Dublexstahl ansprechen. Als Dublexstahl werden Städte bezeichnet, in denen gleichzeitig ein Ferrit- und ein Austenitgefüge vorliegt. Das kommt in der Praxis ebenfalls häufiger vor bei rostfreien Stählen. Durch die hohen Schnittkräfte und Temperaturen, die auf die Schneide wirken, ist dieses Gefüge eine große Herausforderung für die Zersparnung. Auch bei dieser Gefügeart kommt es zur Kaltverfestigung der Schnittfläche. Die Spankontrolle ist verhältnismäßig schwierig und die Gefahr der Aufbauschneidenbildung hoch. Es tritt schnell der erste Verschleiß ein und die Standzeiten sind vergleichsweise sehr gering. Kommen wir nun zu den Legierungselementen. Dafür schauen wir uns typische Legierungselemente an und wie sich diese auf die Zersparnbarkeit auswirken. Mangan steigert die Festigkeit und verbessert die Herbbarkeit von Stählen. Bis zu einem Anteil von 1,5 Prozent verbessert Mangan den Spanbruch bei Stählen mit niedrigem Kohlenstoffgehalt. Bei höheren Kohlenstoffgehalten wirkt sich Mangan eher negativ auf den Verschleiß aus. Chrom und Molybden beeinflussen die Gefüge und erhöhen damit die Festigkeit von Stählen. Hierdurch treten höhere Schnittkräfte und Temperaturen auf. Bei Stählen mit höheren Kohlenstoffanteilen bilden Chrom und Molybden genauso wie Wolframen Kabide, welche den abrasiven Verschleiß erhöhen. Nickel erhöht die Festigkeit und Zähigkeit von Stählen, was sich auf vielfältige Art und Weise negativ auf die Zersparnbarkeit auswirkt. Titan und Vanadium steigern bereits bei kleinen Mengen die Festigkeit von Stählen. Sie verursachen höhere Schnittkräfte und einen schlechteren Spanbruch. Die Lithium wird häufig bei Gusswerkstoffen eingesetzt, um die Schmelze flüssiger zu machen. Es wirkt sich positiv auf den Spanbruch aus, bildet jedoch Hartstoffe, welche zu einem starken abrasiven Verschleiß führen. Auch durch die Zugabe von Phosphor werden kurzbrüchige Späne erreicht. Aber auch hier kommt es bei höheren Anteilen zu verstärktem abrasiven Verschleiß. Schwefel bildet zusammen mit Mangan-Sulfide. Diese wirken sich sehr positiv auf das Spanbruchverhalten und die Oberflächengüter aus. Zudem wird die Gefahr einer Aufbauschneidenbildung stark verringert. Blei wirkt sich ebenfalls sehr positiv auf die Zersparnbarkeit aus. Es liegt in Form von sehr feinen Einschlüssen vor und schmilzt durch die hohen Schnitttemperaturen im Scherbereich. Dabei bildet es einen dünnen Film auf den Kontaktflächen zwischen Werkstoff und Werkzeug. Das reduziert die Schnittkräfte und den Werkzeugverschleiß. Außerdem bewirkt es einen guten Spanbruch. Als nächstes schauen wir uns an, welchen Einfluss Wärmebehandlungen haben. Bei der Wärmebehandlung von Stählen wird im Grunde immer das Gefüge auf die gewünschten Eigenschaften hin eingestellt. Durch Glühen beispielsweise können Spannungen im Gefüge reduziert werden, die Korngrößen verkleinert oder Streifenzementit in körniges Zementit umgewandelt werden. Das führt wiederum zu längeren Spänen, jedoch auch geringeren Schnittkräften und Verschleiß. Beim Vergüten wiederum wird durch Härten ein Martensiedgefüge erzeugt. Durch erneutes Anlassen zerfällt ein Teil des Martensiedgefüges zu Ferrit und Zementit und erzeugt dadurch die gewünschte Härte- und Zähigkeitskombination. Je mehr Martensiedanteil, desto besser das Spanbruch, jedoch höher die Schnittkräfte und Verschleiß. Je weniger Martensiedanteil, desto schwerer das Spanbruch, jedoch geringer die Schnittkräfte und Verschleiß. Je merkt, dass die Gefüge, Legierungselemente und Wärmebehandlungen gerade im Zusammenspiel sehr komplexe Einflüsse auf die Zersparnbarkeit haben. Wichtig für euch ist erstmal, dass ihr diese Faktoren schon mal gehört habt und die jeweiligen Auswirkungen versteht. In der nächsten Folge behandeln wir dann noch die Themen Eisengusswerkstoffe und Nicht-Eisenmetalle. Wir würden uns freuen, wenn ihr auch dann wieder mit dabei seid. Bis dahin euer Team von Spanart. Ciao. Ciao.